Herzlich Willkommen bei der Ghostwriting Agentur G-Writers. G-Writers beschäftigt sich seit fast einem Jahrzehnt mit dem Verfassen von hochwertigen akademischen Texten. In diesem Video möchten wir Ihnen einmal kurz und knackig vorstellen, was unsere Leistungen sind und unsere Services erklären und natürlich, warum Sie sich für G-Writers als Ihre Ghostwriter Agentur entscheiden sollten. G-Writers hat akademische Ghostwriter Erfahrung seit fast zehn Jahren. Dabei haben wir es geschafft, mehr als 16.000 Kunden zufriedenzustellen, haben über 3.000 geprüfte Akademiker in unserer Datenbank, welche wir Ihnen in Ihrem Projekt ganz passend als Spezialisten zur Verfügung stellen können und wir haben natürlich hunderte positiver Bewertungen gesammelt auf Google, auf Trustpilot und auf vielen anderen Bewertungsportalen. Weiterhin haben wir bei G-Writers die Möglichkeit, ausgezeichnete Preise für die Qualität, die Sie bekommen, zu bieten. Wir ermöglichen Ihnen immer den besten Preis durch schlanke Prozesse, die über fast ein Jahrzehnt hinweg optimiert wurden, eine Vielzahl an Ghostwritern, das bedeutet, wir können für Ihr Projekt immer den exakt passenden und preisgünstigsten Autor raussuchen und Ihrem Projekt zuweisen. Wir geben Ihnen eine akkurate Preiseinschätzung und das Ganze auch ohne versteckte Kosten. Bei uns ist es wichtig, dass der Kunde immer einen Pauschalpreis bekommt, das heißt, Sie wissen im Vorhinein, was Sie für die Gesamtrealisierung Ihres Projektes bezahlen. Wir machen mit Ihnen darüber hinaus auch noch eine Planung des Projektes, also Sie wissen auch, welche Zeit benötigt wird und haben somit eine optimale Einschätzung über die Zeit, über die Kosten zu einem Produkt, was wirklich qualitativ hochwertig erarbeitet wurde. Weiterhin ist Qualitätssicherung bei uns ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben individuelle Projektmanager, das bedeutet, Ihnen wird für Ihr Projekt jeweils nur einen Projektmanager zur Verfügung gestellt. Sie haben damit einen Ansprechpartner, der die Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Ghostwriter herstellt, erleben dabei absolute Diskretion und dieser Projektmanager steht Ihnen natürlich auch mit Rat und Tat, was die Planung und Organisation des ganzen Projektes angeht, zur Seite. Sie haben bei jedem Auftrag, bei jedem Ghostwriting-Auftrag ein kostenloses Lektorat mit dabei. Das heißt, wir stellen sicher, dass auch keine orthografischen oder großartigen grammatikalischen Fehler in Ihrer Arbeit vorkommen. Es gibt eine kostenlose Plagiatsprüfung, die natürlich bei jedem Auftrag durchgeführt wird und alle Feedback- und Korrekturschleifen sind natürlich auch kostenlos, dass nochmal nachgearbeitet werden kann. Wenn jetzt von Ihnen ein Feedback kommt, dass in einem Kapitel ein Thema vielleicht etwas zu kurz gekommen ist oder kürzer gekommen ist, als Sie sich das vorgestellt haben, dann ist auch dies natürlich mit inkludiert und der Autor arbeitet dort kostenlos nach. Weiterhin haben wir die sogenannte Supervisor-Ebene. Das bedeutet, es wird nicht nur ein Lektorat gemacht, wo grammatikalische, orthografische Unstimmigkeiten ausgebessert werden, sondern es schaut wirklich im Vier-Augen-Prinzip nochmal ein zweiter Spezialist zusätzlich zu dem Ghostwriter, den wir für den Auftrag engagiert haben, drauf und schaut, dass auch inhaltlich alles wirklich auf allerhöchstem Standard ist. So können Sie sich sicher sein, dass Sie bei GWriters ein Ghostwriter-Projekt abgeben und am Ende ein Unikat erhalten, was wirklich den höchsten qualitativen Ansprüchen genügt. Falls Sie noch mehr Punkte brauchen, um überzeugt zu sein, dass GWriters auch für Sie die richtige Ghostwriter-Agentur ist, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie Ihre unverbindliche Anfrage einfach und holen Sie sich ein Angebot ein oder rufen Sie uns einfach an. Vielen Dank!